Moin und herzlich willkommen zurück in Entschrouded. Schön, dass du wieder mit dabei bist. So, dieses Mal gehe ich ein bisschen auf Erkundung, denn ist ja nicht so, dass ich nicht noch ein paar Quests offen hätte. Und zwar hier heute der Mörser des Alchemisten. Okay, den können wir uns auch besorgen. Ich wollte eigentlich die Schmelze-Salzminen-Standort. Und der blinkt die ganze Zeit, deswegen war ich darauf so aufmerksam geworden. Gut, dann besorgen wir den Mörser des Alchemisten. Ist auch kein Problem. Als Wegpunkt setzen. 1095 Meter. Reicht meine Ausdauer bis unten? Ich muss mal schauen. Heiltrank habe ich mit. Ein bisschen Essen habe ich mit. Die ganzen Waffen habe ich mit. Alles klar, soweit. Okay. Schauen wir mal. Wie weit wir kommen. Oder ob ich irgendwo zwischenlanden muss. 1000 Meter in die Richtung. Okay, hier komme ich rauf. Da komme ich auf jeden Fall hin. Ich habe den besten Gleiter noch nicht gebaut, weil mir Leinen fehlt. Sonst habe ich dafür alles. Und ich bin nicht mehr sicher, wo es Leinen gibt. Wenn du das weißt, schreib es mir bitte in die Kommentare. Das wäre sehr schön. Ich habe vergessen, wo es Leinen gibt. 800 Meter in die Richtung. So, einmal hier drauf. Und dann vom nächsten Berg direkt weiter. Hier komme ich wahrscheinlich hoch, oder? Ja. Mit der Rüstung ist man natürlich ein bisschen schwerer. Aber ich hatte ja in der letzten Folge meine Talentpunkte gezeigt. Und konnte da ja ganz gut gegensteuern. Was hier Laufgeschwindigkeit und so weiter angeht. Ich... Naja, ich muss so oder so ins Miasma, glaube ich, ne? Wo kommen wir denn da rüber? Links ist das. Da hinten wahrscheinlich. Wir gehen einmal runter. Ich versuche mich halt immer so lange wie möglich oben zu halten. Um so viel wie möglich gleiten zu können. Das ist eigentlich so meine Hauptstrategie, wenn ich unterwegs bin. So, ich habe ja hier meine neue Megakeule. Die ist auch aufgerüstet schon komplett. Und dann habe ich noch auf der 6 hier den Zauberstab. Den könnten wir auch mal ausprobieren. Ist auch aufgerüstet. Also aufgelevelt komplett. Ja gut, so eine arme Ziege brauchen wir damit eigentlich gar nicht zu erledigen, ne? Ein Ziegentest. Stufe 9. Okay, hat ja schon mal gut getroffen. Ja, so viel dazu zu dem Zauberstab. Ich habe jetzt aber auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Tierfell nehmen wir mit. Und immer noch ist die heulende Klingel sehr gut, ne? Obwohl das ja eigentlich schon überholt ist. Die war Stufe 8. Und wenn man mal vergleicht, in der Wüste habe ich ja in der letzten Folge hier die große Keule gefunden. Ich war ja ganz am Anfang in der Wüste. Ja, Stufe 21, 61 Schaden. Plus 12 Wucht, plus 12 Stich, plus 12 Stich nochmal. Und 19 Parierkraft. Also das ist schon heftig. Der hier hat auch Stufe 19. Das ist schon krass. Der hat plus 14 insgesamt Feuermagie-Schaden. Und dann auch noch Manner-Raub. Wobei ich ja überhaupt nichts mit Magie eigentlich zu tun habe. Aber den nimmt man als Bonus natürlich ganz gerne mit. Wo bin ich denn jetzt überhaupt hier? Ach, bei der Bäuerin. Die Handelsspindel der Jägerin ist direkt nebenan. Ja, dann gehen wir mal da hin. In dem Gebäude ist die Handelsspindel der Jägerin. Krass. Da können wir uns doch dann auch wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, Leinen selbst herstellen, oder? Bündet mit einer Spindel. Das ist ja jetzt Zufall. Nice. So, was haben wir denn hier? Acht Meter. Also wahrscheinlich hier drin. Gar kein Gegner hier, oder was? Moin. Ich hätte gerne eine handelsübliche Spindel. Na. Martas Tagebuch. Eintrag 2. Ich erwarte durch den Geruch von frisch... Was war das? Oi. Geh weg hier. Ich probiere meine Keule aus. Beschmeißt der mich damit? Wo ist er denn? Warst du rollen? Stufe 9 mit Keule 21. Okay. Naja, das ist jetzt natürlich... Ja, das ist halt die Progression des Spiels. Es ist gelegentlich ein bisschen too much. Aber gut. Ich habe nicht mal einen Katzer bekommen. Achso, kann man die öffnen? Nee. Wo ist meine Axt? Auf der 7. Ich wollte doch den Text vorlesen. Falsches Zimmer? Hä? Ich bin doch hier... Der lag doch hier. Habe ich den verschreckt, den... Den... Da lesen. Ich habe den verschreckt. Da debatt. Ich erwachte durch den Geruch von frisch geflossenem Blut. Ich schaute aus meinem Fenster, wo irgendein Raubtier anscheinend zwei Feen wild gerissen hatte. Mühelos, aber sicher nicht schmerzlos. Zuerst schrie ich vor Schreck auf. Aber dann wurde es mir klar. Zwei Feen wild. Acht Rippenstücke. Vielleicht zehn oder zwölf Würste. Blutwurst als Nachtisch. Gallonen von Eintopf. Da wird das ganze Dorf zu essen haben. Den Erbauern sei Dank. Ja. Nehmen wir mal mit. Metallschrott nehmen wir auch mit. Holzscheite brauchen wir nicht unbedingt. Metallschrott immer gerne. So. Wasser nehmen wir mit. Wo ist die Spindel? Martas Tagebucheintrag 1. Immer noch nichts zu essen. Immer noch nichts zu servieren. Knochen, Abfälle und wässrige Suppe. Wann ist unser Ende gekommen? Eine neue Reisende kam an, hungrig und müde. Sie wollte, dass ich die Knochen im Eintopf lasse. In ihren Augen verbarg sich eine stille Wut. Sie war wild entschlossen, wie ein hungriger Wolf. Ich bot ihr ein Zimmer an, aber sie lehnte mit einem Grunzen ab. Sie ging in den Wald, in den Norden, wo sie auf dem kalten, harten Boden schlafen wird. Eine Bestie wie sie gehört auf jeden Fall in die Wildnis. Jetzt, das können wir nur lesen und nicht einstecken. Okay. Jetzt habe ich gerade schon gelesen. Quest abgeschlossen. Gucken wir mal einmal nach. Ähm... Tischsäge, Flammenalter. Hm. Waren das noch alte Sachen? Kann sein, dass das die VUCA-Zeremonie noch war. Aber die müsste er mir eigentlich längst angezeigt haben. Die habe ich ihm oft gemacht. Ne, die Handelsspindel der Jägerin. Die Jägerin ist nicht im Gasthaus von Westcott geblieben. Sie meidet den Kontakt zu anderen Menschen. Stattdessen muss sie ihr Lager wohl in der Nähe aufgeschlagen haben. Ihre Handspindel kann nicht weit sein. Achso, okay. Das wurde aktualisiert. Die Handspindel der Jägerin als Wegpunkt setzen. 124 Meter. Jetzt wird es dunkel, was nicht so gut ist. Ich kann auch schießen. Und meine hat mehr Wumms. Ihr müsst erst mal Zielwasser trinken. So. Ja. Erst war gar nichts los. Und dann auf einmal hier die Bude voll. So. Brauchen wir nicht wirklich. Ähm. 133 Meter. Im Jasmer oder was? Erst mal auf den Hügel. Hügel ist immer gut. Und. Moment mal. Ah ja. Nicht falsch gelaufen. Tatsächlich. Es wird dunkel. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. 96 Meter. Naja. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Ansonsten müssen wir einmal reisen. Und einmal schlafen. Dann kommt her. Wie gut blockt das Ding denn? Ja. Ja. Okay. Ich würde sagen, das ist wirklich jetzt kein Thema, ne? Aber ich möchte jetzt nicht mit euch im Dunkeln unterwegs sein. Deswegen. Ähm. Schlafen wir einmal. Und dann geht's nochmal los. Das bringt so jetzt nix. Mal reparieren, wenn wir schon da sind. Einmal schlafen. Ja. Die Spindel. Ich bin gespannt, was wir damit alles machen können. Ob wir jetzt nur durch den Stoff auch neue Rüstungen bekommen, ist die Frage. Und ich bin auch mal gespannt, ähm, wann diese Rüstung hier abgelöst wird. Also, ob überhaupt eine, die man selbst herstellen kann, besser ist als diese hier. So, jetzt müssten wir in die Richtung ungefähr sein. Äh, ne, hier 400 Meter in die Richtung. Also, jetzt, äh, 300 Meter. Jetzt, äh, 300 Meter. Jetzt, äh, kommt gerade so hin. Da sind schon wieder Wölfe. So. Einmal hier hoch. 170 Meter. Kommen die? Der eine tatsächlich. Ah, ne, bleibt da unten. 100 Meter. So, jetzt erst mal kurz ein bisschen aufladen hier. Hä? Jetzt habe ich im ersten Moment Panik gekriegt, dass da nichts mehr passieren würde. Da habe ich die Deckung zu schnell weggenommen, tatsächlich. Gibt's das denn? 22 Meter. Ah, hier. Okay, Bienen. Bienen nerven auch. Aber dafür ist der Zauberstab zum Beispiel auch ganz gut. Ja. Kaum sag ich's, ne? Genau dafür ist ein Zauberstab auch gut. Insbesondere Feuer. So. Die Vollen ist zurückgelassen. Endlich frische Luft. Nicht mehr schwer vom Duft der Pollen oder süßer Verwesung. Mir ist ganz schwindelig. Ich habe seit Tagen nicht mehr geschlafen. Nicht, seitdem ich meine Spindel im düster Dickicht auf diesen Klippen verloren habe. So weit weg, aber ich kann nicht zurückkehren. Ja. Ist klar, ne? Ich musste fliehen. Etwas Unheimliches liegt in diesem Dickicht begraben. Es breitet sich wie Wurzeln im Unterholzhaus. Es ist... Was kam da gerade? Es ist umwickelt und verstrickt, erdrückt und erstickt. Es schimmert in der Dunkelheit zwischen den Ästen unter der Haut. Das seidige Netz einer silberspinnenden Tarantula. Solche Albträume sind von Menschenhand gemacht, wie ich nun weiß. Ha. Okay. Und dafür kriegen wir einen Beil. Und das können wir direkt schon verwursten. Und kriegen wieder 32 Runen, die wir zum Aufrüsten brauchen. Ansonsten brauche ich hier nichts. So. Der Mörser des Alchemisten. Wo ist sie denn jetzt hin? Ein Test der Fähigkeiten. Ein ewiger Zauber. Hier unten Salzminenstandort. Höhleneingang. Notizen der Jägerin. Hier oben. Verlassenes Jägerinnenlager. Da war ich schon mal. Höhlen der Kuriositäten. Ich muss einmal kurz im Journal nachgucken. Ist hier irgendwas in der Nähe gerade? Also die Handspindel der Jägerin. Die Jägerin reiste durch das düster Dickicht, um Westcott zu erreichen. Ihre Handspindel wurde in einem anderen Lager zurückgelassen. Ja. Darüber. Notizen der Jägerin. Das ist jetzt natürlich die Frage. Höhleneingang würde natürlich passen, wegen der Spinne, ne? Hm. Wir nehmen den mal als Wegpunkt. Dann reise ich aber nochmal wieder zurück und fliege in die Richtung von da oben. Schauen wir mal. Also das ist auch eben meine nächste Strategie. Immer fliegen, ne? Soweit man kann, immer fliegen. Tausend Meter in die Richtung. Und gehen wir mal einmal hoch. Ich habe mir übrigens überlegt, dass ich hier erstmal keine Gebäude baue oder so. Meine kleine Bude reicht mir aus. Hier kommen natürlich Gebäude hin, aber es gibt noch so viele Quader zu entdecken, so viele Bauquader, dass ich das gar nicht möchte. Ich denke immer, du kriegst viel, viel bessere Sachen. Und dann baue ich hier jetzt ein Riesengelände mit, wer weiß wie vielen Häusern oder anderen Dingen. Ich habe da noch was Fliegendes im Kopf und dann lohnt sich das am Ende gar nicht, weil du dann plötzlich vom Spiel mit höherem Level, wer weiß wie viele, tolle Gegenstände bekommst. Da willst du dann wieder alles abreißen, ne? Das ist halt immer so ein bisschen so die Sache, ne? Komm, lauf. Ja, Schnee. Schnee ist schlecht für die Energy. Das ist dann ein bisschen der Nachteil. Es geht halt nicht alles so schnell, wie man gerne hätte vielleicht. 900 Meter. Ich müsste noch bei meiner Taktik irgendwie einen Talentpunkt finden, der Laufen auf Schnee beschleunigt. Aber ist schon nice hier oben. Und es gibt auch genug, wie du siehst, es gibt genug zu farmen. Es wächst ja alles wieder nach. Also es ist schon nice hier oben im Schnee zu bauen, finde ich. Ich habe Screenshots gemacht von den beiden höchsten Punkten, die im Early Access erhältlich sind sozusagen, die du erreichen kannst. Und ich poste die mal in einem Community-Beitrag. Das schon mal so als Ankündigung. So, 800 Meter. Ich würde ja gerne noch da hinten drauf kommen. Aber, ähm, doch, ich komme da hoch. Und zwar von dem Punkt geradeaus. Dann können wir uns das alles sparen. Es gab ja auch Interesse daran, wie ich das alles so mache hier. Insofern ist das Video dann dafür auch gedacht, das mal zu zeigen. Du siehst zum Beispiel hier, ich habe ja von oben jetzt hier die Schräge gesehen. Und hier kommst du, kannst du laufen, ne? Ein Sprung, das ist eine Schräge, wo das noch kein Thema ist. Wo man ganz gut laufen kann. Hier kannst du überall laufen. Kein Problem. So, und jetzt anstatt hier wieder irgendwie runter zu segeln, will ich lieber noch höher und versuche hier drauf zu kommen. Hier war ich auch überall schon. Also ich weiß, dass man hier hochkommt. Aber die ersten Wege zu entdecken, um irgendwo drauf zu kommen, das ist immer ein bisschen kompliziert. Jetzt würde man vielleicht meinen, okay, hier die Schräge und dann jump ich da hoch. Ne. Das ist ein bisschen zu schräg. Oder zu steil, um da hoch zu jumpen. Aber hier kannst du hochlaufen. So, einmal hier rum. Es dauert halt. Ich bin ja sowieso kein Gamer, der durch ein Spiel rusht. Es dauert seine Zeit. So, 759 Meter kann ich jetzt hier rum. Je höher, desto besser. Hier müsste ich eigentlich hochkommen. Doppelsprung habe ich noch nicht. Ja, geht. Schön die Stamina dabei aufladen wieder. Ah, das sind doch Aussichten, oder? Das ist doch genial. Guck mal da, meine Sprungschanze des Todes. Mein, meinst du? Ja. Das ist, äh. Bei 160 mal 160 mal 160 kann man ja auch in die Tiefe. Aber eben auch nach oben bauen. Und nach oben, sprich in die Luft, habe ich noch nicht gebaut. Und das werde ich auf jeden Fall noch probieren. So, 600 Meter in die Richtung. Hier kannst du auch überall bauen, ne? Wäre auch kein Problem. Kann es da hinten sein? Ist da die Spindel drin? Ah, ich laufe genau auf den Höhleneingang zu. Da hinten das Wüstengebiet. Man hat natürlich von hier oben auch einen viel besseren Überblick. Ist auch ganz klar. Komm, ein bisschen können wir noch rennen. Mein Problem ist jetzt, dass die Energie nicht weiter auflädt, ne? Das ist, äh, ein bisschen problematisch. So, 500 Meter in die Richtung. Jetzt muss ich überlegen. Das ist zu tief. Hier komme ich runter. So. Man kann natürlich auch den, äh, Gleiter später erst öffnen, ne? Und einfach erstmal so runterjumpen. Das kann aber auch ins Auge gehen. Ist halt ein bisschen tricky. So, 500 Meter. Komm. So. Okay. Da hätte ich jetzt sowieso nicht weitergekonnt. Gehen wir jetzt links rum oder rechts rum? Da ist irgendwas. Ist Mäts Vermächtnis. Aha. Okay. Du glaubst doch nicht, dass du hier hochkommst, oder was? Wo seid ihr? Ja, krabbelt in die kleinsten Ecken, ne? Dann komm her. Ich bin dran. Ja. Ein bisschen braucht das Schwert. Man merkt, dass es schon ein bisschen gealtert ist. Vielleicht mal einmal mit dem Zauberstab riskieren. Oh. Ja, das ist nicht meins, ne? Klar, es geht. Aber immer dieses Zurückweichen dann, das ist einfach nicht meins. Und wieder wechseln. Hat er mich erwischt. So, was habt ihr denn hier überhaupt? Ja. Ich glaube, das ist einfach nur ein Lager, oder? Habe ich hier irgendeinen Quest? Erreiche die Hauptstadt. Oberstadt. Höhlenkuriositäten. Weiß ich nicht. Ich mache mich weiter auf den Weg zur Spindel. Ich wusste jetzt nicht, dass es hier weitergeht. Jetzt habe ich die Fackel auf der anderen Seite, ne? Einfach nur eine Wolfshöhle? Er kommt. Komm her. Ach, die können nicht hoch. Dann machen wir erst mal Licht an. Das wird ja nicht die Höhle sein, ne? 359 Meter. Die gucke ich mir mal ein anderer mal an. Ich habe jetzt keine Lust, hier tief in die Höhle zu gehen. Und dann habe ich wieder das Problem, dass ich das mit der Spindel noch nicht abgeschlossen habe. Oder ist das ein Durchgang? Das ist jetzt, da unten ist Miasma, glaube ich. Da müssen wir dann, wer weiß wie, außen rum. Wo bin ich denn jetzt? Ah, der ist ja noch total weit weg. Wir kürzen ein bisschen ab. Junge. Was soll das denn? Was haben wir hier? Durchsuchen. Bernstein. Ich hatte noch keinen Bernstein gefunden. Nice. Ist hier eine Bernstein? Ja, Tatsache. Okay. Da muss ich jetzt ein bisschen mitnehmen. Ist das Lehm oder Bernstein? Lehm klumpen. Ne, die haben wir. Einen einfachen Bernstein nur gefunden. Ja, okay. Den Klumpen habe ich. 200 Meter in die Richtung. Hier kann ich wieder hoch. Es ist einfach ein schönes Spiel. Ja, klar. Wie viele von euch gibt es denn da? Ich habe kein Interesse dran. Ciao. 150 Meter. Ich meine, hier waren Wildschweine. Ich meine, mich zu erinnern, dass ich hier schon war. 90 Meter. Da. Das könnte ein Höhleneingang sein. 50 Meter. Warte mal. Das Lager ist da. Die Frage ist ja jetzt, muss ich erst zum Lager? Oder kann ich direkt in die Höhle? Ich gehe, glaube ich, erst zum Lager und dann in die Höhle. Vielleicht müssen wir im Lager, nämlich erst da oben, ne? Ja. Da oben ist die Höhle. Da stand ich schon einmal vor, bin aber nicht reingegangen, habe mich nicht getraut. Da war ich noch keine Level 10 und hatte vor allem... Sorry. Hatte vor allen Dingen nicht die Rüstung. Na, ihr Süßen. War das deren Geräusch? So, das Lager war hier, meine ich, irgendwo. Der Berg rauf? Na, komm. Ich gehe doch in die Höhle. Ich werde jetzt nicht hier einen Berg rauf kraxeln, falls das wirklich oben sein sollte. Ich hatte gedacht, das ist hier unten irgendwo. Ne, dann gehen wir doch in die Höhle und gucken einfach, was wir da finden. Und wenn ich ins Lager erst muss, dann muss ich es eben nochmal von vorne machen. Das ist... Ich weiß jetzt nicht, ob das Geräusch in der Aufnahme war. Aber das ist... Das ist echt ein Ding. Als ihr ein Geräusch gehört habt, das hört sich so an wie von einem Alert. Das kommt immer wieder und ich weiß bis heute nicht warum. Sorry, dass ich das jetzt erwähne, aber das nervt mich auch. Also, seit Wochen ist das. Seit Wochen kann ich nicht herausfinden, woher das kommt. Ich habe keine Alerts hier aktiv oder irgendwas. Ich weiß es wirklich nicht. So, ich möchte da nicht rein. Aber wir gehen da jetzt rein. Einmal kurz ein Screenshot. Fertig, danke. Sind da schon kleine Krabbelspringen mit runtergegangen? Guck dir das an, wie eklig das ist. Okay, worauf reagiert jetzt eine Spinne? Auf Stich? Oder worauf? Azurusula. Ich weiß nicht, wofür man die gebrauchen kann, aber ich nehme sie mit. Und die Dinger hier? Ich habe Angst. Ist ja überhaupt keine bedrohliche Musik, ne? Kein bisschen bedrohliche Musik, ne? Wird die Spinne noch böser, wenn ich hier... Da sind ein paar kleine. Die haut ab. Die haut ab und holt die Mama. Okay, einige. Bin ich vergiftet? Ich heile. Auf Stichschaden reagieren die ja ganz gut. Aber hier war jetzt keine große, ne? Boah. Geh weg. Hör auf, mich zu vergiften. Ausnahmsweise ein Heiltrank. Okay. Kupfer. Das sieht nach großem Gegner aus. Alles voll Kupfer hier. Verlassenes Jägerinnenlager. So, du glaubst doch jetzt nicht, dass hier nicht gleich irgendein riesengroßes Vieh kommt. Das sind doch nicht alle. So, wie ist jetzt die beste Strategie? Das ist doch eine optimale Arena hier. Ist irgendwas an der Decke? Nein. Mein Heiltrank ist auf der 5. Ich bin der 1. Entschuldigung. Ich bin der 1. Ich bin der 2. Für mich bin ich. Aber ich bin der 3. Scheiße, wollt ihr mich verarschen? Wo kommen die her? Okay, ziehen sie sich zurück. Jo. Handspindel, explosives Schwarzpulverkugelnetz. Okay, Irrwurzburg. Da wird's wohl weitergehen. So, wir haben die Spindel, aber hier gibt's doch garantiert noch irgendwas anderes. Da oben bin ich runtergekommen. Von der Fackel aus. Ähm. Kupfer. Da geht's raus. Ich kann die auch mit der Fackel erledigen. Lass mich, hört auf mich zu vergiften. Ach, das gibt's nicht, Dietrich. Okay, ist eh nur eine braune Kiste. Nein. Sorry, ich wollte wechseln. Ist, äh, ganz schön verzweigt. Was ist da oben? So ein Pilz. Unspannend. Ich verstummel immer, wenn es spannend wird, ich weiß. Ach, hört doch auf. Wo ging's denn raus? Hier unten? Nee. Ich bin wieder da an der gleichen Stelle. Alle. Mama. Ich bin raus. Oh. Na. Hör auf mich zu vergiften. So. Lass mich mal eben etwas beruhigen. Da oben ist das Lager, oder was, ne? Wo war denn jetzt das Lager? Ich bin total verwirrt gerade. Und hab mich irgendwie verlaufen. Da bin ich doch reingekommen. Oder was ist da? Ach, da oben. Oben geradeaus jetzt gesehen. Über meinem Helm war das Lager. Okay. Und da rechts war ein Ausgang, ne? Richtig? Ach, du Schande. Welch Blamage am Ende dieser Folge. Das, äh, ja. Das ist, äh, okay. Okay. Ich hol mir das wieder im Off. Sorry dafür. Das war jetzt, äh, nicht geplant. Aber wir haben die Spindel. Muss ich mir das überhaupt wiederholen? Ja, die Spindel ist ja da. Welch Blamage. Okay, man kann's natürlich auch einfach als Schnellreise definieren, ne? Und elf von den Pilzen sind auch da. Das war ja eigentlich das Wichtigste. Ansonsten hab ich ja nichts Besonderes gehabt. Okay, komm. Dann stellen wir die Spindel noch auf. Jägerin, ich hab deine Spindel. Lass mich rein. Was ne Blamage. Spring ich da einfach runter und denke, kann ja nicht so tief sein? Ja. Ah, immer mitten ins Herz. Meine Handspindel. Hm, ein Hinterhalt, aber ich habe meine Spuren verwischt. Wie konnten die Soldaten... Ach, spinnen, sagtest du. Dann ignorier mich. Stelle die Handspindel hin und vergiss, was ich gesagt habe. Meine Geheimnisse sind mein allein. Okay. Dann stellen wir die Handspindel hin. Oh, ist ja klein und zierlich. So, schön. Hier. Bisschen schräg vielleicht. So. Bitteschön. Sprich schnell und leise. Quest abgeschlossen. Die Handspindel der Jägerin. So, kleiner Rucksack haben wir doch schon hergestellt. Ähm... Was haben wir denn jetzt hier? Lein. Guck an. Dafür brauche ich Flax. Und Flax kann ich anpflanzen. Ein Rezeptlein. Genau wie ich dachte. Diese Naturfaser wird durch die Verarbeitung von Flax gewonnen. Der erste Schritt der Stoffherstellung. Okay. So viel dazu. Dann werden wir in der nächsten Folge das Anpflanzen mal durchgehen. Was ist mein Wunsch? Ja, ich habe viele Wünsche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass bitte sehr gerne ein Like und ein Abo da. Sehr gerne auch ein Kommentar, die ich alle lese. Und jetzt folgt noch der Abspann und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.